Hallöchen meine lieben Freunde zu Ori and the Blinded Forest, also der blinde Wald. Ja in den letzten zwei Folgen, oh ich sag euch, ich habe Rotz und Wasser geschwitzt, das sage ich jetzt hier noch, weil es auch noch eine Session gerade ist. Lieber Panda, liebe Leonie, liebe Bella und lieber Martin, falls ihr das jetzt angeschaut habt, ich hoffe ihr habt genauso mitgefiebert wie ich. Oh, bin ich froh, dass ich das hier mit dem Genso Baum jetzt hinter mir habe, aber ich kann mir noch vorstellen, dass es noch irgendwas kommen wird, woran ich wieder ganz, ganz arg am Kämpfen bin. Leider kann ich aber die Erfahrungspunkte nicht mehr sammeln im Genso Baum, aber will ich auch nicht, da machen wir halt so in Klammern 100 Prozent. Aber ich hoffe mal, die sind jetzt nicht sammeln, ihre Wand oder sowas. Ich habe, oh, ich kann noch nicht schwimmen. Glaube ich, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, also runtertauchen. Oh, er kann schwimmen. Er hat aber dementsprechend nicht sehr viel Sauerstoff. Ich schwimme mal hier rüber, weil es hier so komisch rüber geht. Oh, was bist du denn? Aua! Ach, du hast es wohl nicht mal. Hallo hier! Uhuhu! Uhuhu! Hast du Angst vor Wasser, oder wie? Der will partout nicht ins Wasser. Aua! Aber töten will er uns. Und es ist so eine Sau. Na komm, hey, ich kann dich auch ins Wasser schießen. Hm. okay also hat das nichts nichts gebracht alles klar da komme ich da hoch da komme ich nicht mehr hoch okay wir müssen hier halt wirklich wahrscheinlich wirklich da rein locken oder sowas in der richtung wir schwimmen wieder nach drüben ich glaube hier gibt es auch eine fähigkeit wo die schwimmen kann ich guck mal ganz kurz ja hier schaut was hatten ermöglicht oder in sauberwasser zu atmen also müssen wir erstmal erfahrungspunkte sammeln dass wir dahin kommen er würde ich nicht ins wasser wollen wenn wir zu risikohaft wir müssen sogar wir müssen sogar ins wasser das ist jetzt bisschen doof man noch mal speichern und wir können auch ein bisschen beschleunigen ich sie ranken und stacheln wieder ist erkennt ihr das ja schon das ist über die lieblingspflanzen an der aller aller lieblingspflanzen noch mal runter ok hier hier eine sehensverbindung zu machen wäre glaube ich falsch habe ich muss was trotzdem ich habe ich erwähnt dass die stacheln hasse gut wie komme ich da oben hin keinen schimmer jetzt kommt hier wasser rein aber nicht so viel wasser aber wir können jetzt da sonst das einsamen wenigstens so wieder rüber weil ich glaube das war nur wegen dem hier wir geben wir schwimmen wir wieder zurück ich finde es wieder oder ich so nach luft atmet auch wenn es das bisschen gemein anhört aber irgendwo müssen ja diese auch also noch mal okay wir müssen glaube ich hier runter irgendwie aber hier in nur 1 ich speichere mal hier ab deswegen gab es wahrscheinlich den kass wahrscheinlich den einen kristall ich brauche jetzt die pflanze um da hoch zu kommen weg mit hier du mieser kleiner schleimer da würde ich auch gerne hinkommen aber das dauert noch glaube ich jetzt muss man schauen dass wir halt irgendwie über den gleichen trick anwenden und das war nichts ja zum glück aber da gespeichert man kommt schon noch mal hoch bitte ich schießt das ding mal kurz mal aus der sichtweite gehen damit es braucht sich wieder auf jetzt muss man sterben halt töten lassen ich brauche diesen rosa knubbel das schaffe ich so nicht wieso man das bisschen schaffen ich habe ja keine luft nee das schafft man nicht ja von wegen wir schauen es nicht weil er denkt man nicht immer so negativ okay wie soll ich das denn da so schaffen ach schau mal da ist wieder so ein roter knubbel wir müssen wir erwischen mal hier runter alter ich hasse diese dorn ich bin so blöd bin ich muss ja dann noch mal oder das ding ist doch nochmal hier unten oder kenne doch das spiel das taucht nicht mehr auf ich hoffe es ist gespeichert worden ja luft das wäre wir haben es ja gespeichert ich idiot ganz sagte hier rein bitte ich glaube wir brauchen bloß zwei schlüsselsteine ich würde kotzen wenn wir mehr brauchen würden ach ne du schon wieder ja ja noch mal deswegen ist es jetzt aufgedeckt da ist wieder ein skillshot mal da hinten hätte nicht noch mehr schlüsse steine ja nur zwei gott sei dank gut da kommt was wir durch ich bin unter der poli der waldstraat hätte ich darauf müssen wahrscheinlich ja darauf morgen kann ich mich nicht also mal zurück bitte nicht natürlich ich ja 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 kühl das war ein fehler ja zu dornen ja naja ja 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 muss ich aber diesmal aufpassen na halt nicht doch mal fest nein jetzt muss ich wieder zurück also soll ich jetzt nicht so oft in die keimsch gucke aber bei gewissen stellen muss man sich beim spiel konzentrieren das war auch wieder nichts das war auch wieder nichts er hat mich in ruhe ich mache mir denselben fehler das ist die frage wie komme ich da hoch nochmal speichern also das spiel hat echt in sich das macht auch wirklich spaß es bloß keinen fehler machen nächste fähigkeit der kräftige der geister der stärkste hier der jegi sehen wurde jetzt gut er hier verwandelt in einen stamm baum da kommen fähigkeiten her du hast den stampf erlernen benutze die fähigkeit in den du space drückst um in die luft zu springen und dann erst drückst um gewalt um gewaltig den boden zu zerschüttern so jetzt können wir auch hin wo es wasser war gleich mal was speichern also so etwa da kommt kannst du mir noch oben ich weiß es ja nicht er kommt nicht nur mal oder der bleibt weg alles klar da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen hallo der typ verschwunden sauer rei man kann mit sicherheit da hoch da ist so riesige erfahrungspunkt batzen ja ich weiß ich muss hier das anscheinend die einstampfen ganz ehrlich wenn ori das macht hört sich fast an wie ein kremlin ich meine hat die ohren ich will ja keine ori diskriminierung machen oh ich sehe jetzt schon hier bosskampf ja oh ja george lass uns einen kleinen bosskampf noch ein ja warum nicht george wieso bin ich jetzt wieder hier ich frage für freund so das ging nur einmal so rum aber wie man da hinkommt das muss ich noch rausfinden weil ich schaut hier hier ist hier vielleicht ein geheimgang wer weiß wer weiß aber ich will jetzt mal zurück 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 was weiß eben voll die problem aber zurück 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 nochmals in verbindung machen würde ich mich für den weg noch mal rennen muss oder mal ist die frage wie komme ich jetzt wieder raus ok easy easy ist wahrscheinlich ans wurscht auch wieder da oder ich muss das wirklich so versuchen glaube über die oberfläche da ist das ein erz wir sollen das bitte schaffen ich frage für einen freund das geht gar nicht im wasser anscheinend aber es müsse im wasser gehen oder nee sobald 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 ich das wasser probiere wird er die hier die pose einnehmen grübel grübel und studier wer nicht sagt er weiß nicht viel natürlich was er der ganze fähigkeit schaut mal ein easter egg easter egg ich habe mir doch meine kommentare von welchem spiel dieses symbol ist ich sage es ja nicht schaut mal hier ist das easter egg schön es ist aber von mir auch das einzige easter egg wo ich weiß von uri ja teuer und wie gut ich komme hier aber nicht mehr weiter ich frage mein freund wie komme ich jetzt hier weiter ja kippen ja gut noch mal was einsammeln ich schaffe ich das hier keine ahnung naja freunde ich würde mal sagen wir machen mal hier eine ausnahmsweise mal kürzere folge und dann sage ich mal schreibt mir doch in die kommentare was euch in diesem video gefallen hat und was nicht dankeschön fürs zuschauen bis bald und denkt an das easter egg ich will wissen welches symbol das ist und welches spiel das ist Tschüss, tschüss.